In den tiefen und dichten Wäldern des Amazonas lebt der Stamm der Amazonen, starke und mutige Frauen, die über ihre eigene Welt herrschen. Unsere Geschichte führt uns in eine ferne Zeit, in der die Amazonen ein freies und unabhängiges Leben im mysteriösen Dschungel führten. Die Amazonen erlernten schon von klein auf die Kunst des Jagens und Kämpfens, indem sie das Bogenschießen, die Navigation und die Selbstverteidigung beherrschten. Stärke und Fertigkeiten in der Jagd und im Kampf galten unter den Frauen des Stammes als angesehenes Merkmal. Die Amazonen zeichneten sich durch ihre Fähigkeit aus, sich an ihre raue Umgebung anzupassen. Sie hatten ein tiefes Wissen über die umgebenden Pflanzen und deren Verwendung in der Kräutermedizin. Sie kannten auch das Gelände und die Wege im Dschungel genau, was sie zu Expertinnen in Erkundungen und Überleben in der Region machte. Die Amazonen waren auch in der Gemeinschaft von großer Bedeutung, da sie an Entscheidungsfindungen und politischer Führung beteiligt waren. Es gab mutige Amazonenführerinnen, die den Stamm in Kriegen und Schlachten gegen Eindringlinge und Kolonialisten anführten. Die Geschichte der Amazonen erzählt auch von Solidarität und gegenseitiger Hilfe unter ihnen. Sie bildeten eine starke Gemeinschaft, die auf Zusammenarbeit und Unterstützung basierte, um den Herausforderungen des Lebens im Amazonasgebiet zu begegnen. Im Laufe der Zeit und mit den Veränderungen in der Welt um sie herum blieben die Amazonen ihrer Tradition und Kultur treu. Sie setzten den Schutz des Waldes fort und bewahrten das ökologische Gleichgewicht, was sie zu unvergleichlichen Hüterinnen dieses natürlichen Schatzes machte. Die Geschichte der Amazonen symbolisiert die Stärke der Frau und ihren Willen zur Freiheit und Unabhängigkeit. Es ist eine wunderbare historische Geschichte, die Anerkennung und Respekt verdient und uns daran erinnert, dass Frauen in der Lage sind, großartige Leistungen zu erbringen und die Welt um sie herum zu verändern. Die Amazonen waren nicht nur geschickte Kriegerinnen, sondern auch herausragende Reiterinnen. Sie hatten eine enge Verbindung zu ihren Pferden und beherrschten das Reiten auf meisterhafte Weise. Diese Reitfähigkeiten ermöglichten es den Amazonen, große Entfernungen zu überwinden und schnell auf Bedrohungen zu reagieren. Eine bemerkenswerte Eigenschaft der Amazonen war ihre soziale Organisation. Sie lebten in matriarchalischen Gesellschaften, in denen Frauen eine zentrale Rolle spielten. Die Amazonen hatten ein eigenes Rechtssystem und eine eigene Regierung, die von Frauen geleitet wurden. Sie trafen gemeinsam Entscheidungen, wählten Anführerinnen und nahmen aktiv an politischen Diskussionen teil. Die Amazonen waren auch Meisterinnen des Handwerks. Sie beherrschten das Weben und Schmieden und fertigten kunstvolle Textilien und Waffen an. Ihre Webereien waren bekannt für ihre feinen Muster und lebendigen Farben und wurden in der gesamten Region hochgeschätzt. Eine weitere bemerkenswerte Eigenschaft der Amazonen war ihre legendäre Tapferkeit und Entschlossenheit. Sie waren bekannt für ihren Mut im Angesicht von Gefahren und ihre Unnachgiebigkeit im Kampf. Die Amazonen waren bereit, für ihre Freiheit und ihr Territorium zu kämpfen und zeigten eine beispiellose Standhaftigkeit in Schlachten. Trotz der vielen Herausforderungen, denen sie im Laufe der Geschichte gegenüberstanden, blieben die Amazonen ein Symbol für weibliche Stärke und Unabhängigkeit. Sie dienten als Inspiration für viele Geschichten und Legenden, die bis heute weiterleben. Es ist wichtig anzumerken, dass die Amazonen nicht nur in der griechischen Mythologie existierten, sondern auch in einigen historischen Aufzeichnungen und Überlieferungen anderer Zivilisationen erwähnt wurden. Während es immer noch Debatten über ihre tatsächliche Existenz gibt, bleibt ihr Vermächtnis als Symbol für die Stärke und den Mut der Frauen bestehen. Die Geschichte der Amazonen ist eine faszinierende Reise in die Vergangenheit, die uns daran erinnert, dass Frauen schon immer eine bedeutende Rolle in der Geschichte gespielt haben und dass ihre Geschichten und Leistungen gewürdigt werden sollten. Und damit kommen wir zum Ende des Videos über die faszinierende Geschichte der Amazonen. Wenn dir das Video gefallen hat und du mehr solcher Inhalte sehen möchtest, dann hinterlasse bitte einen Daumen nach oben und abonniere unseren Kanal, um keine zukünftigen Videos zu verpassen. Vergiss auch nicht, unseren Online-Shop zu besuchen, um einzigartige Artikel rund um die Amazonen und ihre Kultur zu entdecken. Außerdem kannst du uns auf unseren anderen Social-Media-Plattformen folgen, um mit uns in Kontakt zu bleiben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020